Zeit für die Challenge. Heute wechselst du die Reifen. Wir haben die Yokohama W-Drive. Die sind nicht nur gut für das Auto und gut für uns, sondern auch für die Umwelt. Wo machen wir das? Das machen wir in Urdoch. Als kleine Unterstützung haben wir hier den Instruktor noch dabei, den Danieli. Hallo. Hier haben wir den Yokohama Winterpneu. Wunderschön. Das Ziel ist, dass die Rad jetzt dran gehen würde. Ja, nein. Das kannst du mir nicht tun. Es läuft jetzt nicht. Schau mal da. Okay, okay. High five, man. Voilà, sehr gut. Das war's. Ha, verstanden noch nicht. Das war's. Nein, weil er dir viel zu viel geholfen hat. Nein. Das hast du gut gemacht. Fürs erste Mal hast du das wirklich gekriegt. Challenge verstanden. Challenge verstanden. Haha. Nochmal. Hier nach unten. Das war's. isha.